hallo und hallo und herzlich willkommen nach einem kurzen fehlgrad zu einem neuen let's play call of duty goes online ich bin ich spiele team deathmatch auf der map strike zone und ich würde sagen ich spiele mit der handbächer die ich in gold freigespielt habe und dann geht es auch schon los 8 gehe ich mal unten lang weiß ich einen komischen ton hätte nicht wundern ich nehme ein handy auf es kann sein dass da nicht so gut bin wie gewohnt ok ja ich bin nicht so gut wie gewohnt also spiele ich mal jetzt mit der remington ein bisschen pro an den spielern zu bringen heilige heurika satcom ja so so und dann haben wir satcom schlauch mal links lang der weg ist nicht so sicher meine team mit spacken aber ist mir egal hier kommt dann raus und natürlich schaffte es nicht dazu gehen aber egal wir haben einfach und das wollte ich erreichen kommen jetzt durch raus ein teammate von mir hat vorräte wo seid ihr heißer james bond style wir haben gerade was abgeschlossen eine weitere fahrer für die welt und glaube ich denke ich die meinten geht hier richtig ab also es ist auch einer meiner liebwings waffen und nein die märz die märz wie sollst du mir weg die märz meine die mächt ihr habt selbst gesehen kindsten video angucken mein team agent stand mir voll im weg heidige mama also schläg' mich ja mal ganz schön und locken hier ja okay du guckst da ich guck da ich wechsle position und ich hätte lieber nicht die position wechseln sollen er war noch nicht mal tot hätte er mich jetzt gekillt hätte ich mich so aufgeregt über die spawns von dem spiel so typisch hier ist einer ich kann es für für mich spüren feind aufgabe wir haben nur noch ein oder zwei gegner zwei die werden wir uns jetzt suchen und dann fertig machen wenn wir denn sie finden drei gegner es werden immer mehr und dann ja okay scheiße immer deine umgebung ist auch mal lieber daran ich habe das so ein ungutes gefühl bei der sache drei gegner immer noch gegnerzahl nimmt mich zu was man schon ein bisschen wundert schwer ich will jetzt ein gegner finden und da kommt der gegner ist sie ihn natürlich nicht es wäre mir ein bisschen spaß mit unserer mit unserer weg oder wie sie heißt nie weg wenn da einer rauskommt soll mir bescheid sagen und da kann keiner doch da kann man auch wie ist das hasse wenn sie sich einfach nur hinlegen und ich überlege mir ob ich das bisher bei meiner jetzt habe ich den namen schon wieder vergessen weil meiner weg hoch raus tue aber immerhin habe ich gewonnen also ich würde sagen das war's doch um mein gott schuletzt doch wie peinlich ich würde sagen ich mache einen kurzen cut und dann sehen wir uns beim bei der nächsten runde wieder und da bin ich auch wieder wir haben leider nur noch ich glaube drei minuten zur aufnahme es wird eine soll eine schnelle runde werden und ich habe meine rennen geändert die farbe habe ich jetzt spur gemacht und das visier was wir jetzt drauf haben was wir freigestellt haben letzte runde ist ring ring der rosane ring und wir gucken auch mit den ersten killen kriegen was ich vermeide weil ich mich kenne da ich ja gesagt was getan also ich war wie am schnurchen das zweite ich habe nur noch zwei minuten ich muss immer mal auf die zeit achten aber ich denke die runde kann ich schnurte hälfte aufnehmen was sehr schade ist scheiße scheiße da war hinlegen anschein blockiert ich konnte mich nicht bewegen und da war es dann ein leichtes ziel in seinem visier und seiner us-r nein es gibt es doch nicht ach ich habe vergessen das visier ich habe bei der letzten folge sagt dass das visier rau und es gibt es nicht ich wurde gespawnt und guckt euch das an die spawns von diesem spiel also ich finde das naja nicht so in ordnung so jetzt habe ich mich aber gericht es war doch mal zeit sniper natürlich es sind aber auch richtig gut sei was hier muss man zugeben muss ich zu geben was war das sein kopf hat rausgeguckt ach scheiß gar so ich versuche mich jetzt zu verbessern einigermaßen ja nein sogar die und da kann noch mehr immer mehr kommen was machen wir gehen den ersten haben wir gekillt den zweiten und natürlich er wieder mit seiner us-r so wie er es kennen hinter dem kino ist aber nicht schön so da ist noch einer ne der hat mich schon bis hier dann mache ich jetzt mal vorerst er ist weg er wurde anscheinend schon gekillt und ich würde sagen wir versuchen noch ein kill in zehn sekunden zu kriegen ach und das war's dann noch es geht doch noch weiter ich habe noch eine begrenzte anzahl schnell wir versuchen es ein kill zu machen nein